Ich kann wegen dem Auto da hinten meinen Tesla nicht benutzen. Irgendwie sieht das ja cool aus, ein Auto in einem Auto zu haben. Das ist einfach so groß, man musste die Rücksitze einfach umklappen, seht ihr das? Gestern war ich ja bei Burger King mit dem Auto. Ich bin mit dem Mini-Auto zum großen Auto gefahren, um es in den Kofferraum zu tun und dann mit dem großen Auto einfach weiterzufahren. Ich fand das einfach mega witzig. Heute gehen wir wieder live, dann schreiben wir neue Namen rauf.